Vielen herzlichen Dank für diesen wunderschönen anstrengenden Tag. Ich werde ihn nie vergessen. Das zehnjährige Jubiläumsfest am Samstag, das war echt spitze, war richtig gut. Ich habe noch nie erlebt, dass einige Tage danach auch noch so viel darüber gesprochen oder gelacht wurde. Alle ziehen an einem Strang und dabei können sie sogar einen 84 Tonnen Kran bewegen. Eines der besten Firmen-Events, auf dem ich jemals war. Es hat mir sehr, sehr Riesenspaß gemacht. Was mir am besten gefallen hat, waren die willkürlich zusammengesetzten Teams, die miteinander gespielt haben. Da hat man Kollegen, mit denen man sonst weniger Berührungspunkte hat, einfach mal besser kennengelernt. Die größte Herausforderung für das nächste Event wird auf alle Fälle sein, wie tocken wir diesen Tag. Ich fand unseren Team-Event am vergangenen Samstag überragend. Am meisten hat mir gefallen, dass wir so eine tolle Stimmung hatten und dass man wieder erleben konnte, wie viele tolle Menschen bei uns in der SKT arbeiten. Es war fantastisch, alles fantastisch, super vorbereitet, ganz tolle Gespräche. Das war definitiv eine der besten Veranstaltungen, die ich bei Scholz jemals erlebt habe. Grandios, was für eine gute Stimmung aufkam und ein ganz tolles Gemeinschaftsgefühl entstanden ist. Wir freuen uns auf die nächste Feier.